Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Thief. Nachdem wir die Bank ausgeraubt haben, würde ich sagen, wir machen mit der Hauptquest weiter und begeben uns zum Sirens Rest. So, die Mission ist nicht angewählt. Track. Jetzt. Jetzt weiß ich auch, wo ich lang muss, aber vorher räumen wir dieses Haus hier aus, würde ich sagen. Da bin ich ja immer ganz groß dabei. Was wäre das für ein Dieb, unser lieber Garrett, wenn er nicht alles ausräumen würde, was er findet? Wie zum Beispiel diesen goldenen Kronleuchter. Kronen ohne Griff, ich hasse sie. Oh, da geht's runter. Okay. Können wir das Licht ausmachen? Aha. Da geht's weiter. In einem kleinen Verschlag, einen versteckten. Da ist eine, ein geheimer Hebel, der eine Falltür öffnet. Na. Ihr seht mich mehr als überrascht. Damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Und dieses Bild können wir mitnehmen. Ähm, es ist leicht verstörend. Muss ich sagen. Gut find. Gut find. Es ist mehr als leicht verstörend. Ich finde es ziemlich verstörend, wenn ich ehrlich bin. Aber gut. Gut. Hauptsache, es bringt uns Geld. Das ist wichtig. Dann können wir hier wieder raus. Und da wäre ein Lichtschalter gewesen. Machen wir das Licht aus, bevor wir rausgehen. Kann nicht schaden. Kann wirklich nicht schaden. So. Dann. Dann. Oh. Oh. Ich glaube, auch der tritt immer noch auf die Typen ein, die versucht haben, sie hier arbeitslos zu machen, oder wie. Offensichtlich. So. Zack. Jetzt geht's darauf. Und darauf. Und darauf. Und. Nee, warte mal. Ich bin echt zu hoch. Oder? Was? Jetzt kenne ich mich gerade nicht mehr aus. God damn it. Nee, ich muss runter. Glaub ich. Ja, natürlich muss ich runter. Ja. Hä? Ich kenn mich gerade nicht aus. Ach so. Ich bin ein Idiot. Gut. Da geht's mal nicht durch. Dann gibt es nur den Weg hier nach unten. Los. So. Hopp. So. Und dann müssen wir diesen Weg nehmen. Nein. Das war der kleine Job. Okay. 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 Der kann mich überhaupt nicht sehen. Ich war mit dem Rücken zu ihm gewandt. Wie will der mich sehen? Da geht's durch. Da gehen wir durch. Ich war hier schon so oft und ich finde den verdammten Weg zurück nicht. Das kann er wohl nicht sein. Aber hier war ich auch noch nicht. Das ist ja... Schlimm ist ja das. Also ich hab echt einen Orientierungssinn. Einfach nicht vorhanden, das Ding. Aber... Hey, jetzt hab ich durch Zufall rausgefunden. Perfekt. Perfekt. So. 135 Meter sind's immer noch. Dann schauen wir doch mal, ob wir hier nicht eine kleine Abkürzung nehmen können. So. Jetzt sind wir hier. Es ist immer noch ziemlich weit. 100 Meter. What the fuck was that? Hä? Ich wüsste ganz klein, was da grad so extrem laut war. So, aufpassen. Ich möchte nur und gerne... ...den Typen da in die Arme laufen. Puh. Die knüpfen mich nämlich auf. Wie wir erfahren haben. So, bei der Gelegenheit. Oh. Scheiße. Geh ich einfach mal schnell... ...hier lang. ...vom Crippled Burry. So, jetzt sind wir hier. Als wäre nichts gewesen. Was hast du denn für mich? So, ich brauch wieder einen Pfeil. Davon nehmen wir auch einen mit. Ein Rope Arrow, die füllen wir auch wieder auf. So, was haben wir hier? Ich glaube, ich spare mir noch ein bisschen was. Geh wieder raus und lasse mich diesmal nicht erwischen. Nach Möglichkeit. So, ich nehme einfach mal den sicheren Weg. Das macht, glaube ich, Sinn. So. Dann können wir da hinten rumgehen. Perfekt. Und hierdurch sollten wir in den nächsten Abschnitt kommen. Jawohl. So. Hier war ich schon mal. Hier gibt es nämlich nichts mehr zum Ausräumen. Da war mal eine Falle. Sowas. Und jetzt. Aber wie komme ich denn da runter? Da. Da geht's lang. So. Ich muss mal in den Eimer da runter. He. Er hat keinen Mucks gemacht, der Eimer. So. Sind das jetzt wachen oder sind das normale Leute? Da hinten sind wachen. Scheiße. Nicht gut. Was ist da unten? Ah, da war ich schon mal. Glaube ich. Es kam mir da auf jeden Fall bekannt vor. Boah. Ja. Mist. Nicht weiter weglaufen. Gut. Die tun mir nix. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. So. Aber die Wachen hier. Was ist da? Ich bin dein Reinforcant. Da ist niemand. Was machen wir? Wir können es warten. Wir können uns wenn sie uns hierhert haben. These bastards aren't going to spare us a cart. They destroyed the keep. We held it as long as we could. Now pull yourself together. Right. Pull yourself together. What's next? You are next. Buddy. So. There. I think I just saw someone. No. Wie kommst du denn Dach auf? Ja, wen haben wir denn da vorne? Unsere beiden Lieblingswachen. Ich gehe wieder da hinten lang. So. Aufpassen, dass ich dieser komischen Wache, die hier rumrennt, nicht in die Arme laufe. Das möchte ich nach Möglichkeit vermeiden. Auch da rennt gar keine Wache mehr rum. Habe ich denn das letzte Mal wohl endgültig ausgeschaltet. Bin ich auch nicht böse drüber. Hopp. So, dann da lang. Und da rein. Zack. Fenster auf und durch geht's. Jetzt sind wir schon fast da. Sehr schön. Sehr schön. Komm, geh weg mit deiner kleinen Fackel. Ich mach mal jetzt kein Take-Down. So. Hopp. Gut. Dann. Äh. Komm ich da hin, wo ich hin möchte? Ich glaube, tatsächlich. Ich komm da ganz gut raus. Ich bin auf ihr waiting list. Für. Oh. Ich bin auf ihr waiting list. Ich bin auf ihr waiting list. Shit. Ich bin auf你的 waiting list. Ich bin auf ihr. Ich bin auf jeden Fall geklebt. Ich bin auf ein paar Stunden. Ich bin auf neue Begeleid. Ich bin auf ihr. Ich bin auf den Korbi. war ich auch noch gar nicht alles mitnehmen licht aus alles mitnehmen 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 und das war's sehr gut hier gibt es auch noch ein ja so was das das war's dann muss ich schauen wie ich da runter kommen ohne mir den hals zu brechen machen einfach so der typ hat meinen sturz abgefedert was mich sehr freut jetzt gehe ich da rein bevor er gefunden wird hey you look almost human basso you can survive what they serve here you can survive on anything how's the hand sore like your pride i'll bet that shit bucket needs to get what's coming to him i need a favor oh you still have your boat ah i get a room here if i were you find yourself a nice gal and bed down until this whole thing blows over i need to do a little research i need to get across to the moir asylum just let me know when you want to go i'll be there go to the winchester have a nice pint and wait till this whole thing blows over the city was ist denn die quest die raus geht get to the boat ah ok was hat er noch zu sagen if you're looking for extra coin i got some jobs you can help me with best contracts in the city 14 drops available steal the painting steal sick willies golden watch steal the hand mirror i always vouch for you gareth was sind denn das für komische quests steal the thief manuscript i'll be a penniless joke the worst kind we've got some catching up to do gareth over a pint maybe i'll even buy the first round maybe there was a painter got locked up in moira asylum some time ago sane when he went in balmy as a wounded beric when he came out he started painting all the crazy in his head one day but he offered himself recently and his work have gone way up in value since i found out where one of them is pick it up and let's profit from his sudden popularity eh i know a pinchcock claims she's the baron's missus also ich habe jetzt irgendwie gerade keine lust auf die ganze brennerei ich würde sagen die ganzen buzzer jobs machen wir am schluss oder kurz vor schluss wir schauen jetzt gerade nochmal was es oben so gibt ob er vielleicht gerade noch eine nebenmission für uns hat ready to help yeah good news mr thief i know the whereabouts of another of my missing exhibits that is good news you don't need me then no 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 sirah do i look like the kind of man who slips into foreign parts in the dead of night no i do need you it's the fabled octopus octopus yes an astonishing act of nature at her most perverse a normal cat you may think at first glance but no eight legs sirah eight can you believe it now no sir bring my freak of nature back to me mr thief your pockets await my coin yeah yeah sure das ist eine richtige nebenquiz die machen wir auf jeden fall der lohnt sichs der coronal connoisseur victory wants me to find and return i'll pay you well sirah his astounding exhibit named octopus an eight legged cat the rumors have already begun that the certain collector in riverside i'll pay you well already acquired it are you sure you want to start this client job accept oh you sir are a true gentleman and scholar veritable champion of show business the octopus is apparently in some really private collection near the gatehouse between stone market and riverside go to the collector's lodge ist das angewählt jawoll ich würde sagen darum kümmern wir uns auf jeden fall okay so oh der tipp liegt da immer noch shit ähm den bring ich mal ein bisschen außer sicht würde ich sagen erleichtere ihn noch um seine habe so dann packen wir ihn doch einfach mal kann ich den jetzt wasser schmeißen ich glaube nicht ich pack ihn einfach dahin so gut dann lass uns doch da weiter gehen diese octopus holen wir uns so dann geht es einmal zurück wo wir gerade her gekommen sind so mich stört immer noch dass ich es nicht nicht ausmachen kann eines tages kostet mich das das leben vermutlich früher als mir lieb ist das ist der Mistkerl so ich muss hoch okay da hängt ein seil komm ich da ran wo hasse hol k alter mach halt sowas nicht ähm wie komm ich da hoch Shit, hey, also diese blöden Wachen da nerven mich aber auch gewaltig. Bis wo gehen die? Oh, ganz schön weit. Die kommen echt bis ganz her. Goddammit. So, ich muss da hinten rauf, wenn ich da hin will. Äh, keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Gerade, irgendwie. Passt zu. Ah, geht's hoch. Yes. Finally. Hier war ich schon mal. Aber das habe ich das letzte Mal schon entschärft und ausgeräumt, hätte ich gedacht. Na gut. So, geht es hier rüber, darauf. Und dann sind wir auch schon da. So, ein Stückchen raufklettern. Hopp. Und hier ist Kleinjob, the Colonel Connoisseur. Sehr gut. Aber diese Nebenmission beginnen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn heute nicht allzu viel passiert ist, lasst auf jeden Fall Kommentare und gebt einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis bald. Und dann wird noch ganz gut respons DNS были. Das war's. Aber du bist ja. 안 geht's noch sehr weit. Aber ich kann es ja nicht. Anhalt Все STOP nach, icht.